Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde StarCraft 2. Ja, schauen wir mal, was das Leben so heute bringt. Isha, was macht ein Uhrzeig in meinem Leviathan? Ich bin Lhaka, ein Sammler. Ich töte, nehme Essenz. Ich komme zu dir, weil ich deine Veränderung spüre. Ja, ganz Zerus spürt sie. Ganz Zerus fürchtet sich davor und vor dir. Aber du hast keine Angst vor mir, oder, Lhaka? Du leuchtest. Du wirst mehr Essenz versammeln. Ich werde folgen. Tust du es nicht, werde ich nicht folgen. Ich habe schon gefährlichere Bündnisse geschlossen. Nun gut, du kannst bleiben. Verrate mich, und deine Essenz gehört mir. Ha, jetzt haben wir also noch ein Gespräch seit der Haka. Du strahlst eine unfassbare Kraft aus. Mehr noch als die alte Königin der Kriegen. Alles ist anders. Ich konnte den Schwarm schon immer hören und ihn kontrollieren. Aber jetzt, jetzt fühle ich den Schwarm. Ich bin der Schwarm. Nun sehe ich aus wie die Anführerin des Schwarms. Vielleicht überzeugt das Meerbot, Mütter sich uns anzuschließen. Du warst schon gestern die wahre Anführerin des Schwarms. Und du wirst es auch morgen sein. Dein Aussehen spielt keine Rolle. Für dich vielleicht nicht. Die Terraner jedoch werden nicht so verständnisvoll sein. Glaubst du, dass ich mir die verbleibenden Rudelanführer jetzt anschließen werde? Sie sind ein Fels, ein Baum, ein Berg. Sie trotzen dem Wind. Sie streben nach Macht. Und du? Ich bin ein Fluss. Ich werde fließen. Ich bewehre Essenz. Nun, die Rudelanführer haben jetzt keine Chance mehr gegen den Schwarm. Sie sammeln schon seit Jahrtausenden Essenz. Sie sind blind. Aber sie sind nicht dumm. Weise Worte. Du bist wiedergeboren. Ein Anführer mit endloser Macht. Ich fühle mich unbesiegbar. Wie Amon, der dich einst kontrollierte. Das tat er nie. Ich spürte einen Einfluss. Etwas Dunkenes. Lang vergangen. Amon muss vor meiner Verseuchung gestorben sein. Ich hoffe es. Denn er war wahrlich ein mächtiger Gegner. Ja, was gibt es hier sonst noch so schönes zu tun? Es ist Zeit. Tritt den verbleibenden Rudelführern entgegen. Nimm, was das ihre ist. Oh, ich krieg dafür... Ich krieg fünf Machtpunkte für Kerrigan. Hm, warte mal. Ich geh nochmal zurück. Ich geh nochmal in die... Ah, ich komm nicht rein. Schade. Gewährt ihr neue Fähigkeiten. In die Evolutionsgruppe könnten wir nochmal reingehen. Genetische Stränge verschieben. Von Grund auf neu strukturiert. Stärker als Königin der Klinge. Sequenzen komplex, aber sauber. Im Kern und Grund verschieden. Ja, ich bin anders. Ich bin meine eigene Herrin. Als das Xenade-Artefakt mich wieder menschlich machte, hat es mich auch von Armons Einfluss befreit. Und so konnte ich zu etwas Größerem werden. Muss Probe nehmen. Neue Sequenzen erforschen. Versuch es gar nicht erst, Arbeid. Was ich jetzt bin, übersteigt dein Verständnis. Schwer zuzunehmen. Ich kann meine Struktur nicht verstehen. Lende ich wieder Arbeit zu. Ja, genau. Gehe arbeiten. Fauder Sack. So, die Mutation des Schwarmwirts. Ermöglicht es den Schwarmwirt, sich einzugraben. Oh, kann ohne Aufdeckung von Gegnern nicht gesehen werden. Ah, also das ist das Ding, was mir gefehlt hat. Was die ursprünglichen Schwarmwörter ausgemacht hat. Schnelle Inkubation. Schrecken werden 20% schneller erschaffen. Schrecken können sowohl Luft als auch Bodenheiten angreifen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber ich will lieber das eingraben. Das ist halt einer ihrer Grundfähigkeiten. Kann im eingrabenen Zustand weiterhin Schrecken erschaffen. So, das hätten wir also auch. Und jetzt gehen wir auf die Mission. Alleinherrschaft. Besiegen Sie den Anführer der Uhrzeig. Zock. Zock. Bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Okay. Die ewige Mutter. Die ewige Mutter. Gefühllos und zerstörerisch. Töte sie. Und du wirst über alle Zergärschen. Sie alle haben den Großteil ihrer Streitkräfte gegen deinen Schwarm ausgesandt und sind nun selbst angreifbar. Sagara, verteidige den Leviathan. Ich kümmere mich persönlich um die Anführer. Okay. Ich soll mich alleine? Aha. Ich bin der Schwarm. Macht eure Frieden. Meine Königin. Neue Form. Mächtig. Kann sehr hoch springen. Feinde niederschlagen. Schwerer Schaden. Okay. Und. Neue offensive Fähigkeit. Psy-Verschiebung. Vorwärtspreschen. Kreaturen im Weg vernichten. Was du heute kannst besorgen? Ein Xel-Naga-Relikt. Dieses Relikt. Ursprünglich von Xel-Naga. Herbergt genetische Informationen. Wichtig. Muss ein... Urschaben helfen. Sie bekämpfen Jagdras Brust. Die Eroberung geht weiter. Dieser Planet gehört... Neue Form kann Essenz beeinflussen. Sich selbst und nahe Zerg heilen. Ah. Aber unter der Erde können sie sich... Oh, der unter der Erde hält sich auch. Gut, dann warten wir mal kurz. Wir passen uns ab. Wir kennen keine Grenzen. So. So. Gewagt. Was du heute kannst besorgen? Ich werde Vergeltung üben. Dieser Planet gehört mir. Macht euren Frieden. So. Alle wieder heile, heile. Die Eroberung geht weiter. Ich bin der Schwarm. Der Schwarm erobert alles. Erstmal das Rudel ja vernichten. Was du heute kannst besorgen? Verschäbe stets auf morgen. Macht euren Frieden. Wir passen uns ab. Wir passen uns ab. Ich werde Vergeltung üben. Jetzt habe ich schon Stufe 38. Schön. Nice. Ich gehe aber noch weiter gucken. Vielleicht finde ich ja... Ah, hier gibt es noch mehr. Vierer insgesamt. Wir kennen keine Grenzen. Die Eroberung geht weiter. Ich bin der Schwarm. Der Schwarm erobert alles. Macht euren Frieden. Ich muss alles schön gründlich absuchen, bevor ich da zu denen da reinmarschiere. Hier hinten gibt es nix mehr. Also geht es nur noch hier lang. Oder gibt es hier sonst noch irgendwas? Nö. Macht euren Frieden. Wir passen uns ab. Dieser Planet gehört mir. So, mal kurz dritte die Erde. Mal kurz heile, heile machen. Deine Königin lauscht. Aber das sieht fast danach aus, als könnte ich hier rüberspringen. Nee. Nein, kann ich nicht. Schade. Ich dachte, da geht es weiter. Umso mehr, umso besser. Was du heute kannst besorgen? Ach, verdammt. Meine sechs kleinen Schaben. Anführerin des verfälschten Roles? Nein. Ist das Angst, Diagdra? Du weißt, dass du nie eine Chance hattest, oder? Deine Veränderung bedeutet gar nichts. Ich werde das Fleisch. Von deinen Knauern schmelzen. Okay. Okay. Der stirb, schwälschling. Ich bin der Schwarm. Ich bin der Führer. Schö�를. Ich bin der Tysten. Ich bin der Typ. Aha, falsche Taste gedrückt. Oh, ich drückte immer nur die falschen Tasten. So, dann hüpfen wir mal drauf. Oh, ich drückte immer noch die falschen Tasten. Oh, ich drückte immer noch die falschen Tasten. Ich bin der Schwarm. Der Schwarm erobert alles. Wir kennen keine Grenzen. Der hier ist easy zu besiegen. Die Eroberung geht weiter. Dieser Planet gehört mir. Ja? Stillhalten! Wir fallen uns ab. Es ist Zeit! Mach eure Fliegen! Was du... Deine Königin lauscht! Gewagt! Sprich! Wir kennen keine Grenzen! Ich bin der Schwarm! Die Eroberung geht weiter! Wir kennen keine Grenzen! Wir kennen uns ab. 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 Das war Nummer eins. Verschiebe stets auf morgen. So, jetzt wollte ich hier unten lang gehen. Wir kennen uns ab. Dieser Planet gehört mir. Mehr von meinem Morde. Du Aridralisten. Schnell! Vernichtet die Eier bevor sie schlüpfen! Kümmert euch zuerst um die Großen! Wir kennen keine Grenzen. Der Schwarm erobert alles. Wir passen uns ab. Dieser Planet gehört mir. Mensch wird Leiden. Was du heute kannst besorgt. Was ist es diesmal? Boah, Alter! Wie viel sind denn das? Ja. Ich bin der Schwarm. Macht eure Frieden. Wir kennen keine Grenzen. Nicht gewesen. Dieser Planet gehört mir. Wir passen uns ab. Sprich. Die Eroberung geht weiter. Schauen wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja doch noch die zwei übrigen Dasein. Gewagt. Was du heute kannst besorgen. Wir passen uns ab. Ich bin der Schwarm. Ich bin der Schwarm. Was du heute kannst besorgen. Wir kennen keine Grenzen. Macht euren Frieden. Die Eroberung geht weiter. So, jetzt haben wir drei Sensen. Super. Dieser Planet gehört mir. Der Schwarm erobert alles. Wir passen uns ab. Wir wagen. Der Schwarm erobert alles. Stirb. Macht eure Frieden. Was du heute kannst besorgen. Die Eroberung geht weiter. Ich bin der Schwarm. Gehen wir mal weiter. Wir kennen keine Grenzen. Boah, was ist denn das hier? Dieser Planet gehört mir. Gewagt. So, alle wieder aufgefüllt. Wir passen uns ab. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keine Grenzen. Ich bin der Schwarm. Ich bin der Schwarm. Wir kennen keine Grenzen. Weitere Uhrzeit einsatzbereit. Dieser Planet gehört mir. Die Eroberung geht weiter. So, dann gehen wir mal rein in die gute Bude. Ach, das ist der Rammler. Das heißt, da muss ich spreaden. Ich spüre deine Stärke. Du bist es wert, getötet zu werden. Tausend Schlitte. Fleisch zerschneiden. Dauer. Freif, komm dich holen. Die Eroberung. Na, den Hydro hat's erwischt. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht verletzen kann. Und weg war er. Das war Nummer 2. Aber meine ganzen... Oh nein, eine Schabe hat überlebt. Schön. Eine Schabe hat es überlebt. Okay, das hört sich doch toll an. Ein paar neue Freunde an und ein... Das soll ein Ultralisk sein? Okay, ein Ur-Ultralisk. Stopp mal. Das sieht aus wie ein Baneling. Wenn du ihnen zu nahe kommst. Macht eure Frieden. Was du heute kannst besorgen? Gerard. Wir passen uns ab. Gut. Sprich. Mengsk wird leiden. Gut, dann mache ich die mal auf die 2. Und dann... Kann ich hin und her switchen. Oh, das... Das sieht aber so aus, als könnte ich... Die Eroberung geht weiter. Aber Sau hier. Kämpft mit so Irre. Vernichte ihn schnell. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keine Grenzen. Macht eure Frieden. Da ist das letzte Artefakt. Dieser Planet gehört mir. Der Schwarm erobert alles. Wir warten. Der Schwarm erobert alles. Wir passen uns ab. Hier hinten ist sogar ein Xenaga. Frosch am Hals. Da geht es nicht weiter. Jetzt kann ich gleich direkt hier. So, ich habe alle 4 Relikte gefunden. Das heißt, es gibt nochmal ihn. Geht mal bitte zur Seite. Danke. Geht. Ah, ich habe ein paar Mann wieder verloren. Schade. Ich glaube, 2. So. Müssen heile, heile machen hier. Hä, der geht das mal jagen. Komm zurück. Put, 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 put. So. Jetzt kann es weitergehen. Ah, stop. Das muss ich alleine machen. Was ist ein Dusk-Gewiesen? Alter, bleib hier süßer. Geh da drüben hin. Ich werde Vergeltung üben. Ah. Ei, Freunde. Aua. Aua. Ah. Da hinten ist ein dickes, äh, Ultralisk. Ur-Ultralisk. Ich möchte aber erstmal gucken. Nee, kann mich nicht. Ist so weit. Zacken. Die Erroberung geht weiter. Was du heute kannst besorgen? Wer wagt? Zacken. Macht eure Frieden. Wir passen uns ab. Dieser Planet gehört mir. Wir passen uns ab. Wir kennen keine Grenzen. Macht euren Frieden. Kommt, Freunde, kommt. Kommt. Der Schwarm erobert alles. Der wagt. Ruhe im Kapuf. So. Was du heute kannst besorgen? Die Eroberung geht weiter. So, jetzt kann man dich hier umdurchkommen. Ähm. Der Schwarm erobert alles. So, da hinten haben wir noch zwei Fleischpeitschen. Verschiebe stets auf morgen. Oh, zwei Ultralisken. Das sieht aus wie so eine Ur-Version der Fleischpeitsche. Der Schwarm erobert alles. Die Eroberung geht weiter. Was du heute kannst. Die weitere Zerritte meines Sohls schließen sich dir an. Das hört sich doch gut an. Wir kennen keine Grenzen. Wir passen uns ab. Ich bin der Schwarm. Was du heute kannst besorgen. Oh, die Sprüche nerven irgendwie auf Dauer. Ist schon ein bisschen eklig irgendwie. Es gibt kein Entkommen. Die sind alle tot. Die letzte Eiterbeule ist geplatzt. Wir passen uns an. Es ist Zeit. Zurwarn. Die Rudelführer sind tot. Ihre Rudel schließen sich deinem Schwarm an. Hier stehst du. Vollkommen. Du bist Zerk. Deine Essenz schnallt vor Macht. Ich kumere. Du wirst meine Evolution verantreiben. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden. War ja irgendwie klar. Ich habe mich schon gefragt, wann du deine Absichten offenbar hast. Tränen, was ich selbst bin. Tränen, wo er getötet wird. Ganz besser. Selbstverständlich. Einer wird verschlungen. Und der andere wird mächtiger als beide. Das ist das Vermächtnis der Zeit. Oh, da noch Angriff. Der Schwarm. Die Eroberung geht weiter. Kämpfe, Caridan. Was du heute kannst besorgen? Wer wagt? Ich werde Vergeltung üben. Nur die stärksten überleben. What? Verschwingen und entwickeln. Das ist der einzige Weg. Du wirst vorher drauf gehen. Das ist das Schicksal aller Urzert. Macht eure Frieden. Der Schwarm erobert alles. Und ab. Dem Schicksal kann man nicht entkommen. Was du heute kannst besorgen? Was du heute kannst besorgen? Was du heute kannst besorgen? Und weg war er. Zerus. Gerötten mir. Eishab, bereite den Libyatan vor. Es ist an der Zeit, dass der Schwarm in den Kopkulu-Sektor zurückkehrt. Okay, ähm. Ja, hatte ich schon alles. Schade. Hm. Meine Königin, ich wurde von Kilussa kontaktiert, einer Brutmutter. Sie hat von deinen Erfolgen gehört und möchte mit ihrer Brut wieder zum Schwarm zurückkehren. Sie sind nicht viele, aber sie haben mächtige Leviathaner. Kilissa, hör mir zu. Der Planet Mr. 4 dient der Liga als Militärproduktionszentrum. Zerstöre ihn mit deiner Brut. Dadurch wirst du dir deine Rückkehr zum Schwarm verdienen. Wie du gebietest, meine Königin. Deine Königin, deine Verwandlung hat deine Fähigkeiten verändert. Wenn du wünschst, kannst du dir die Änderungen in deiner Kammer ansehen. Ja, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen, meine Damen und Herren. Ich mache jetzt mal hier Schluss und man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch was und bye bye. Bis zum nächsten Mal.